Herzlich Willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. So eine Tiefbohrung ist ein großes Projekt und da gibt es natürlich eine ganze Menge zu planen. Aber wenn man es mal ganz genau nimmt, braucht man eigentlich ganz zu Anfang der Planungen nur drei Informationen. Wir müssen wissen, wie tief soll die Bohrung werden, welchen Durchmesser soll sie am Ende haben und wie sieht die Geologie in dem Bereich aus, wo wir die Bohrung abtäufen wollen. Und aus diesen drei Informationen ergibt sich eigentlich alles Weitere. Wir haben hier mal so ein fantasiegeologisches Profil und in dieses Profil können wir gleich am Anfang den Enddurchmesser der Bohrung und die Endtiefe einzeichnen. Das ist dieses blaue Rohr hier. Aber jetzt gucken wir uns das geologische Profil an und gucken an welchen Stellen die Bohrung auf dem Weg von oben nach unten möglicherweise instabil werden könnte. Und daraus ergeben sich alle Rohrtouren, die um diese Bohrung herum noch geplant werden müssen. Wir müssen nicht nur die Absetztäufen dieser Rohre planen und festlegen, sondern wir müssen auch berechnen, wie stabil die Rohre sein müssen, damit sie nicht zusammengedrückt werden. Und dazu müssen wir dann die Wandstärke der Rohre festlegen und das Material, aus dem die Rohre bestehen. Wenn wir das fertig haben, gucken wir, wie schwer diese Rohre sind, denn die müssen ja alle am Bohrturm eingebaut werden in die Bohrung. Und das schwerste Gewicht, was wir mit diesen Rohren ermitteln, das muss durch die Hakenlast der Bohranlage gewährleistet sein, dass der Bohrturm also diese Lasten, das sind mehrere hundert Tonnen, überhaupt bewältigen kann. Wenn das erledigt ist, gucken wir wieder ins geologische Profil und überlegen, welche Drücke in der Bohrung auftreten können. Das hängt davon ab, welche Drücke die Fluide in den Poren der Formation haben, also das Gas, Wasser oder Öl. Und aus diesen Informationen können wir die erforderliche Druckstufe für den Blowout Preventer berechnen, der oben auf der Bohrung sitzt und bei Gefahr jederzeit die Bohrung verschließen kann. Als nächstes überlegen wir uns, welche Bohrspülung wir benutzen müssen, um diese einzelnen Bohrungssektionen alle herzustellen. Die Spülung muss ja das Bohrloch abstützen, dass es nicht zusammenfällt während der Bohrarbeiten. Und es muss das Bohrklein austragen und es muss Kicks verhindern, also verhindern, dass Gas in die Bohrung eintreten kann. Aber die Bohrspülung darf auch nicht mit dem Gestein reagieren, darf nicht aufquellen oder instabil werden. Und alles das ermitteln wir auch wieder an dem geologischen Profil. Und wir legen dann fest, welche Art Spülung wir benutzen, wie viel Spülung wir brauchen und wie stark die Pumpen sein müssen, die diese Spülung mit hoher Geschwindigkeit im Kreislauf pumpen müssen, damit das ganze Bohrklein mitgerissen und zur Oberfläche gebracht wird. Und schließlich müssen wir noch für jede Bohrungssektion auch noch einen Bohrstrang aussuchen. Und neben all den Funktionen, die der natürlich immer wieder erfüllen muss, ist es besonders wichtig, den richtigen Bohrmeißel zu finden, der genau in dieser Formation optimal bohrt. Und ganz am Ende unserer Überlegungen des Wellplanners, des Bohrungsplaners, steht natürlich immer die Frage, wie lange dauert diese Bohrung? Und vor allen Dingen, was kostet der Spaß? Denn die meisten Sachen, die man auf so einer Bohrung braucht, den Bohrturm, das Personal und vieles an Zusatzgeräten und so weiter, muss man sich auf Basis von Tagesraten mieten. Und deswegen ist wirklich hier der Spruch angebracht, Zeit ist Geld. Tja, und alles das muss also gründlich geplant werden. Und wenn wir unsere Planung gut gemacht haben, dann können wir vielleicht davon ausgehen, dass wir eine optimale Bohrung durchführen können. Und optimal bedeutet, die Bohrarbeiten müssen sicher sein, so kostengünstig wie möglich. Und die Bohrung muss hinterher, wenn sie fertig ist, ihren Zweck erfüllen. Das ist ein ziemlich komplexes Unterfangen, aber wir versuchen das unseren Studenten in unseren Vorlesungen nahe zu bringen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dabei seid. Kommt nach Freiberg, wir freuen uns auf euch. Glück auf!